Hallo und willkommen zurück zu Unusual Findings und dieses Mal werden wir erstmal hier in diesen Lama, Laser Llama reingehen und danach, ich glaube nicht in den Spielzeugladen, in die Videothek, genau. Also erstmal zu Laser Llamas Spielhallen. Mhm, klopf, klopf. Da haben wir ein Flugzeug-Kinderkarussell. Ein kleines Flugzeug. Können wir das benutzen? Es sieht lustig aus. Ich werde es nicht schreiben. Was schaust du an? Lama Fighter 2. Okay. Das ist so ein Ball-Ding, ja. Ski-Ball, Jamok. Okay, keine Ahnung, was das darstellen soll. Gucken wir uns hier erstmal um. Minivan-Kinderkarussell. Das gucken wir uns hier an. Für ein paar Gründe, mixen Minivans und Kinder, klingt schrecklich. Ja. Ich werde es nicht schreiben. Warum bist du so glücklich? Du willst nicht wissen. Genau. Genau. Können wir mit dem hier noch reden. Was hast du hier noch? Naja, glaube ich auch. Okay. Was haben wir hier? Champions des Chaos. Okay. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Das sieht nach einem Brawler aus. Vielleicht sowas wie Golden Eggs oder sowas. Aber keine Ahnung. Dann haben wir eine Eis-Ein-Eiscreme-Kinderkarussell. Ich finde diesen einen ein bisschen verurteilen. Ist es der Schreibe? Ich mag nicht den Eis-Creme-Eiscreme-Vanilla. Yuck. Ich werde es nicht fahren. Du siehst schade. Glauben mir. Du siehst viel schlimmer, mit dem sie zu sprechen. Das hier ist Street Fighter. Street Puncher. Okay. Jackenkind. Mr. Donkey. Dieser sieht schade. Hey. Wie Respekt für Mr. Donkey. Ich war immer Mr. Donkey, als ich ein Kind war. Aha. Hallo? Hallo? Mr. Donkey? Long time no talk. Now I realize how stupid I look when I talk to inanimate objects. Yeah. I'm not going to write it. I'm not going to write it. The door is locked. And the handle is missing. I'm sure they have all kinds of wacky stuff inside the arcade service room. Not really. I know the guy that works here. His name is Alberto and the tools he works with are pretty average. But I don't see any warehouse stores. We might get some useful stuff here anyways. Mm-hmm. I can't open this with my bare hands. There is no handle. It reads service room. Authorized personnel only. Vielleicht können wir das hier verwenden. Hey, this fits perfectly. Tada! Problem solved. Okay. Aber erstmal werden wir uns hier in dem Raum umschauen, bevor wir da schon wieder weitergehen. Also gehen wir erst noch wieder ganz nach links. Und dann eins nach dem anderen. Ähm, also Lama Fighter 2. This is a game about fighting Llamas. It makes little sense. Ja, ich habe keine Ahnung, was das für eine Referenz haben soll. I need to put a special coin in to play this one. Ah, ja. But I'm really bad at this. Ja, und die Coins, die sollten wir beim Brunnen bekommen. It reads Lama Fighter 2. Monkey Kong. This game is heavily inspired by the Kong movies. If you ask me, I prefer the original 30s movie over the new 70s version. But we didn't ask you. Hmm. There's a guy playing already. Monkey Kong. Snake Skull. He's playing Monkey Kong. With so much passion. Vielleicht müssen wir den schlagen, damit wir das Passwort bekommen. You shouldn't touch a man when he's playing a game. Hey! I'm trying to play here. It seems like you are losing. It ain't my fault. This game is super hard. Yeah, it looks hard. Hmm. What are you playing? Monkey Kong. Is it good? Yeah, but it's kind of unfair. Then why do you play it? I like it. Hmm. Was in der Höchstpunktzahl? What is your highest score? Two thousand five hundred. Did you beat the first level? Nope. Never. Hmm. Longer? How long have you been playing? For two weeks already. He sucks at this. So, you like rock and roll? Yeah. How do you know? The clothes? Oh, yeah. It's my lost guy's uniform. You know. Hmm. Das dagegen, wenn ich das mal ausprobiere. Mind if I give it a try? Are you crazy? Wait your turn. How many coins do you have left? A lot. Did you know? What? Hmm. Ich habe gehört, dass du Bonusleben bekommst, wenn du sieben Sekunden lang unten und Start gedrückt hältst, dann hoch, hoch, runter. I heard that if you hold down and start for seven seconds, then up, up, down, you get bonus lives. Really? Let me give it a try. Hey, it works. Thanks. You guys are awesome. You should be part of the lost guys. We need more smart people like you. Go talk with Furio. He's at the abandoned factory. Tell him Snake School send you. The password to enter is John Bobby Sucks. Cool. Hmm. Okay. Ich weiß aber jetzt nicht, woher wir das wissen. Hey. Hey, guys. Thanks for the secret. This game is way easier now. Don't forget to talk with the lost guys. They're super cool. You're going to love them. Remember, the password to enter the club is John Bobby Sucks. He hasn't even beaten the first level yet. Even with the extra lives? Man, he is terrible at this. What? Nothing. We're leaving. Okay. Uh. You shouldn't touch a man when he's playing a game. What was that motion? Okay. J-Mock. It's a talking capsule toy vending machine. When I was a little kid, I lost so much money in this guy. This one is already out of toys. It is empty. So was wie ein Kaugummi-Automat? Hello. Mein Name ist Darmal. Ich habe vieles für dich. Nein, du nicht. Du bist empty. Cheatlich, Bastard. Hm. Aber der redet. Das Objekt des Spiels ist, dass es so viele Punkte wie möglich ist, indem der Ball in den Ringen fallen, die in den Ringen fallen fallen, die progresive erhöhten werden. Ich bin wirklich gut an diesem. Wenn du ein paar Tickets willst, lass mich dieses Spiel spielen. Aha. Mit dem konnten wir nichts machen, oder? Es ist empty. Nein. Lippenstift drauf malen. Make-up there will... Nein. Ähm. Things go better. It's not... Fishy? While throwing it dead... I told you. Okay. I need to put some coins to play this. Also, wenn wir wohl das spielen müssen. Kill a ball-o-rama. What kind of name is that? Okay, dann haben wir Champions des Chaos. It's an arena fighting game. This game sucks. I think this game is way ahead of its time. I need a special coin to play it. Hm. It reads... Champions of Chaos. Vielleicht ist es Gauntlet, aber Gauntlet sieht ja nicht... Aber nicht diese Sicht von vorne. Glaube ich. Ähm. What kind of price is that? A useful one? Ja, das könnten wir brauchen. She is not going to let me get away with it. Tools are not that talkative. Okay, also... Das ist die Reihenfolge. Dann brauchen wir das und dann können wir den Zaun durchschneiden, um mal auf den Schrottplatz zu kommen. I hope one day I can work here too. A man can dream. That's not polite at all. I would like to buy some coins. Alrighty then. They cost a quarter each. How many do you want? How about you loan us some coins? No. But we can pay you with a 15% interest rate. No. Are you familiar with the French system of amortization? Cash only. Hm, was kann ich mit Wertmarken bekommen? What can I get with Tickets? You can get... Do you like pincers? Maybe. The only thing we have right now is this pair of end cutters for 200 tickets. What happened to all the cool prizes? Can you keep a secret? Yes. Me too. Hm. Okay. Bye. Goodbye. Dann haben wir Street Punch, ne? It's a new fighting game where you can choose a lot of different characters. My grandma heard in the news that this kind of game is spreading violence across the country. Come on. The wildest thing you can do here is perform a punch-o-kin. It's not like you can rip the head off of your defeated opponent or do any other kind of fatal-ish finishing move. Well, we talked about this. No game would be like that ever. Naja, genau. That would be so banned. Ich weiß gar nicht, ob Mortal Kombat dann... Also ich mein, in Deutschland wurde das halt ver... Ähm... Nicht nur indiziert, sondern auch auf einen Index gesetzt. Ähm... Nicht nur... Also nicht auf einen Index gesetzt, sondern verboten. Wie nennt's sich? Beschlagnahmt, genau. Weil ich weiß nicht, ob das in den USA auch, äh, ein Thema war. Ich kann nicht mit ihm sprechen. Jackenkind! Ich wundere, warum sie alle das gleiche dressen sind. Wenn wir eine Kampf beginnen, werden wir von Laser-Llamas verabschiedet werden. Warum zieht ihr euch alle gleich an? Why do you all dress the same? We are a team! The official North Forest Street Puncher team. The most radical Street Puncher team ever! With Kyle as our opener. That's right! Otto, the master of round two. No one can beat me! And me, Benji, the final challenger and captain of... The North Forest Punchers! Do you play Street Puncher in South Plains? Maybe. I bet my team can beat your team any day of the week! In your dreams! When we work together, nothing can stop us! What do you want to bet? I bet you all my arcade tickets against... Do you have some game tokens? No. How do you plan to play? I don't know. Get some game tokens and you have a challenge. Okay, dann müssen wir wohl das hier spielen. Wir fordern euch heraus. We challenge you! Did you bring your game tokens? I don't have any. No prize? No challenge. Okay, wir funktionieren die Street Puncher heraus, oder? How do Street Puncher-Challenges work? Well, we bet something. In our case, our arcade tickets against a few game tokens you might have. No bet, no fun! You sound like my uncle. He is a compulsive gambler. Then we do three one-versus-one-matches. The team that wins three out of the three times, wins the challenge. Otherwise, it's a tie. And no one loses, nor wins anything. We call it the perfect policy. You win every match, or you don't truly win. Now you sound like my aunt. She's a perfectionist. Okay, habt ihr irgendwelche tips? Do you have any tips for Street Puncher? What's so funny? Really? Come on! We are not giving away our secrets to Southplaners. Okay, habt ihr heute Abend etwas Ungewöhnliches gesehen? Did you see something unusual tonight? A guy stole all the wooden balls from the Ski-Ball. We are almost certain, he was from Southplay. That was yesterday. Really? How long have we been here? Like 72 hours. I'm not sure. Okay, die Stimme, das ist doch dieselbe wie die von dem, oder? Habt ihr noch ein paar Spielhallenwertmarken? Do you have some extra Arcade-Tokens to spare? No, we are planning on using them. But what if... Now. As my mom used to say, all people from Southplains are Freeloaders. Na gut, wir sehen uns später. See you later. Bye. Okay, damit hätten wir hier alles. Gehen wir weiter. Und da ist der Technik-Typus. Was haben wir hier? Kaputzer Greifautomat. Ah, ja. No Plushies inside. And if it's here, it must be broken. Vielleicht kriegen wir von dem irgendwelche Tipps. What's the problem with this one? The claw doesn't have any grip strength? On the contrary. Too much grip strength. We lose all the plushies in a few hours. For some reason, when it receives a hit on the left side, the claw starts working perfectly. And that is bad for business. Okay. The machine is off. Yeah, let that be. I have to talk with the guy that sold it to us. I heard the problem we had is a problem with the model. It reads... Claw Claw Joy 4000. Man, this is painful to watch. Don't worry, they'll be working again soon. It's broken. Can you fix it? Maybe. What is wrong with this one? A raccoon nested in there. Then, I can't. Raccoons are little fluffy balls of evil. Hello? Hello? Eh, what? Hello? Vielleicht ist der Raccoon noch da drin. Ja. Ja. Ich meine, was ist das Problem, das es hat? Es funktioniert nicht. Du wirst nicht wissen, oder? Keine Ahnung. Es hat so viel Blut. Ich werde es nicht fixieren, indem ich es auf den Blut schiebe. Das ist nicht ein Spielkartridge. Es ist ein schönes Spiel, für kleine Kinder. Nein, es ist nicht. Es ist die zweite Mal in einem Woche, dass es ein Kind flogt. After zu spüren, auf Tourbospeed. Vielleicht mit dem Original Motor mit dem Replacement, von der Chinesischen Antikestore, nicht die beste Idee. Kann ich das auf? Nein. Hallo? Ich werde euch alle töten. Was ist das? Ha 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 ha. Gotcha. Ich versuche Ventriloquism. Asshole. Hmm. Star Tech. Da steht Star Travel. Okay. Das Sci-Fi-Show ist großartig. Mein Lieblingsspieler ist, wenn Captain Kork ist von der Welt zu einem Umwelten Universe, wo er ist evil. Und da ist ein evil Spork mit einem Götchen. Das ist ein Götchen. Das ist nicht ein Götchen. Das ist ein Van Dyke Beard. Schöne. Es würde schön in meinem Raum sehen. Aber er wird es nicht lassen lassen. Du hast recht, ich will nicht. Es schreit. Es riecht Star Travel. Hmm, und da funktioniert doch einer. Ich empfehle dir nicht, es zu kümmern. Hi! Die Frau im Spiel riecht zurück! Wie kannst du dir sagen? Sie ist ca. 10 Pixeln groß. Ich wundere, was für ein Werkzeug er hat. Nichts von deinem Geschäft! Damn, das hat all meine curiosity. Okay, die Box ist empty. Ich habe keine Tools zu arbeiten mit hier. Kann ich es? Nein! Kannst du meine Sachen bleiben? No? Hello? At least we now we know there is no one inside the Box. That is stupid in so many ways. Ja... These circuits look really rusty. Ach, Moment. Yeah, if you could help me with that, it'd be much appreciated. Nuh-uh, leave that be. Start working! I have tried. Yelling at things doesn't make them work. Haben wir da irgendwas? Können wir da vielleicht was draufkippen? Yeah. Brad. I knew this was abrasive, but didn't expect results so quick. Hey, thanks. That's formidable work. And with a nice lemon smell. You help me, now I help you. You can use my tin welder. Sadly, I don't have any soldering tin left. But don't worry, it's pretty cheap. Tomorrow you can go to the hardware store and get some. Aha. Okay. Nice. Awesome! Do you have any tin to lend us? No. Not really. Hat er ja auch gerade gesagt. A regular soldering gun. Too bad it doesn't have any tin solder wire left. Okay. Nuh-uh. Leave that be. I bet it tastes like lemon. This looks brand new! I will never drink super lemon cola again. Doesn't look that busy. Hey Tony, I bet this is your dream job. Nonsense. In the future, all of this work will be done by robots. That I'm planning to design. Okay. Schlager? Fighting a grown up isn't an option right now. Hi! Hey! Hey Tony, I haven't seen you in a while. And who are those kids? Oh, they are Viddy and Nick. Hello. Guys, this is Alberto. What are you up to? Were you able to de-scramble the pay-per-view cable signal? Well, about that, we ended up catching a distress call from an alien creature. Hahaha! Man! They really must have booked a dull video there. No, like, really? We contacted an alien. He's in a truck outside of town. You can come and see it yourself. Hahaha! I don't know what you were up to, but I've not played along. I have a shit tonne work to do. This place is falling to pieces. What would you do, if we had to fix a robot alien that had been shot? Well, the first thing I would do, would be to stop drinking whatever I was drinking. Hmm, okay. Believe us. We contacted an alien. Yeah, sure. There are aliens posing like people doing weird experiments in the town. Well, in fact... Wait a minute. Have you played Polybius? What is that? Forget it. Yeah, yeah. Goodbye. Later. Das war dieses Fake-Videospiel, was Menschen umbringt, oder? Bin mir aber auch nicht ganz sicher, ob das das war. Okay, dann gucken wir mal, ob wir das hier... Ja, nee, das wollten wir nicht. So, können wir da... Ja. Und jetzt haben wir das Teil bekommen, ja? Es ist ein Bär, der ein Floppy-Disk hat, das sagt, ich habe 360 Kilobyte von Liebe für dich. Hm, das ist total schade. Äh, was machen wir damit? Nein, danke. Ist das vielleicht... Ist das vielleicht... Das Sprachmodul? Aber wir haben ja überhaupt keinen Hinweis darauf, dass das spricht. Naja, okay. Wir gehen jetzt mal in das andere Ding rein. Da rein. Nr. 2 liebt's. A whole movie rack dedicated to Broken Circuit. I like the movie, but I don't think it's that popular. I'm not going to rent this one. I already saw it. Me too. It reads, Broken Circuit. Something wonderful has happened. Nr. 2 is alive. Was haben wir denn da Schönes? Okay. Vielleicht könnt ihr da auch mal schreiben, wenn ihr da was wiedererkennt. Das hier dürfte wohl Rambo sein. Das hier ist Robocop. Vielleicht ist das hier Karate Kid. Das hier... Weiß nicht. Sieht irgendwie so Dracula mäßig aus. Das hier ist mit Sicherheit Rambo 2. Aber den Rest erkenne ich jetzt glaube ich nicht wieder. Und hier unten haben wir Popeye, Elmo, Bert. Und da hört's dann auch auf. Das kommt jetzt einfach nur ein hässlicher Frosch. Diese Maus oder was das darstellen soll. Sie wissen jetzt... Die Leute auf diesen Film-Kovern? Sie sehen alle wie der Bull in irgendeinem Weise. Jetzt, dass du es erwähnt hast... Die Erinnerung ist großartig. Hm. Hm. If you want to rent a movie, you should talk with the clerk. I know how renting a movie works. Can't we just steal the movie? What you got here is just a pile of empty movie cases. May we steal some empty movie cases? No, it makes no sense. Hm, na gut. There are a lot of movies here. We got... Rocco, Second Blood. Die Harder. Ah, okay. Little Trouble in Big China. And a whole section dedicated to Sylvester Schwarzenegger. Where are the movies starring Nocturus? I don't see any. Ah, okay, ja. Aber ich kann da trotzdem nichts weiter zuordnen. Okay, was haben wir hier? A bunch of kid movies. We are so over this section. Didn't you rent that movie about the little mouse that travels to America last week? It was for my little brother. Shut up, Tony. Feier vu. If you want to rent a movie, you should talk with the clerk. I know how renting a movie works. There are a lot of titles here. We got... Wizards. What? What is this movie doing here? Isn't this a post-apocalyptic cartoon full of fairies, mutants, demons and weird shit? Yep. Not kid material, believe me. Was ist das für einer? There are a lot of... Wizards. Is it? What is this movie doing here? Isn't this a post-apocalyptic cartoon full of fairies, mutants, demons and weird shit? Yeah. Warrior... Ich weiß es nicht, das Warriors... Sagt mir jetzt jedenfalls nicht so wirklich. Warriors gibt's mit Sicherheit. Ich glaube, es gibt auch ein Spiel Warriors. Einfach ein post-apokalyptisches irgendwas. Aber es müsste, glaube ich, schon aus den 80ern sein. Ich mag meistens alte Filme. Aber die Kreaturen in diesem Video sind so viel Spaß. Ist das nicht das einzige Film, die Gremlins bezeichnet? Also... Es gibt einen TV-Episode von Twilight-Storys, wo ein Mann einen Gremlin außerhalb des Flughauses sieht. Die Episode ist gut, aber die Kreaturen-Kostüme ist ziemlich schade. Ist das eine der Storys, die in Twilight-Storys in dem Film bezeichnet? Das ist wahr! Ich habe es vergessen, über das Remake. Da, das Kreatur ist großartig. Aber ich mag die über-the-top-Performance des Mannes aus dem alten TV-Episode. Ich sollte sie beide sehen. Ja, natürlich muss das aus den 80ern sein, weil das Spiel ist ja auch 80er. Nimm Weihnachts-Gremlins-Poster. Da haben sie aber tatsächlich den Original-Titel gehalten. Gehalten. Ich mag dieses Film, aber nicht so. Aber die Kreaturen ist lustig! Ich denke, dass du ein Problem hast. Die Erde ist durch einige wunderschöne Menschen-Replicanten, und sie wollen uns töten. Ich denke, dass wir alle Probleme haben. Es schreibt, Der Gremlin. Cute. Clever. Mischievous. Intelligent. Dangerous. Die besten Filme sind aus diesem Genre. Ja, keine Wunderschöne. Wer der hell würde ein Film über die Menschen-Probleme gingen? Ich weiß nicht, aber ich denke, dass es etwas, was du liebst, wenn du zu creust. Die alte Menschen sind lecker. Horrorfilm-Abteilung. Aber das ist nicht... Wenn du ein Film willst, sollte man mit einem Film mit... Bling! Mal sehen, was wir hier haben. Kachi, die Killa-Doll. Kreatiere Teile. Sie gehen. Ich liebe diesen. Sie heben. Ich bin nicht sicher. Sehr gut. Die Blut ist... ziemlich schwer, zu spüren. Sie heben. Sehr schön. Dann haben wir... Klassiker. Die Blut ist immer noch so ein Charm. Sie sind immer noch so ein Charm. Die Blut ist immer noch so ein Charm. Eine Charme zu die alten Geschichten. Die Blut ist immer noch so ein Charm. Ja, sehr schön. Du liest nur die Horror-Title. Na, diese sind die Filme, die ich die meisten mag. Ich habe diesen Film gesehen. Es geht um einen Mann, der einen Dämon und ein paar Goblinen kämpft. Der Dämon sieht großartig. Er hat eine große Kinn, aber es sieht großartig. Ich liebe die Unicorns. Ich denke, es wäre ziemlich obvious, dass das Poster ist, wenn wir es nicht verletzen. Ja. Es steht... Und da haben wir eine Erwachsenenabteilung. Hier ist, wo die Adult-Movies sind. Wir sollten definitiv da gehen. Es scheint, dass es kaputt ist. Mann, das tut mir leid. Die Tür ist kaputt. Es schreibt... Adults-only. Und unten... Diese Seite ist kaputt. Für Verwärts. Und dann können wir noch mit dem Typen... Ah, da haben wir noch Computer. Das ist ein... Das ist ein... Big- und weird-looking Computer. Das ist nicht amerikan-made. Das ist für sicher. Das Keyboard hat eine weird layout. Aber zumindest hat es eine Floppy Drive. Kannst du es benutzen? Vielleicht. Mhm. Kannst du den... Nein. Ich kann nicht mit ihm sprechen. Er sieht ein bisschen weirrt. Ja, tolle Frisur. Zu Beginn mit einem Adult-Movies wird uns nicht gut enden. Hallo. Hallo, Palincinski. Willkommen zur Tape-Store. Palincinski? Palincinski. Kinder. Hallo, Kinder. Willkommen zur Tape-Store. Oh! Danke. Wir wollen einen Film ausleihen. Gut. Welchen Film willst du? Du willst immer alten Filme sehen. Lass mich etwas besser finden. Nein, nein, nein. Das ist mein Geil. Es war Vinny, Nick, Tony. Letzte Woche war es Nick's Geil. Jetzt ist es mein Geil. Ähm, okay, Nick. Überrasch mich. Tony ist dran. Lass ihn entscheiden. Es ist Tony's turn. Lass ihn entscheiden. Es ist Zeit. Ich würde gerne, die Film von Happy Pony & Friends, der Film. Ein Kindes Film? Okay. Uhhh. Ein Kindes Film. Ein Kindes Film. Ein Kindes Film. Ein Kindes Film. Du redest komisch. Du redest komisch. Du redest komisch? Okay, um... How much for copying your dictionary program to a diskette? First patent, then sale. But we are in need. Morberto traveled many kilometers and crossed many fences to be convinced by communist bullshit. Mmm... Okay. We want to rent a movie. Good. What movie you want? You always want to see old movies. Let me choose something better. No, no, no. This is... I will choose the movie. The cabinet of Dr. Caligari. Oh, great choice. It's five dollars. Now that I think about... Okay. Okay. We... What? You always... No, no, no. Then we'll do that again. Okay, Nick, surprise me. I would like to rent The Sex Fist Club. Oh, a Chalanchka movie. It's a short movie, but your choice. Almost forgot. Show me your Radovinco. What? Your Radovinco. Identification. Show me identification. Chalanchka section far away. Don't want to lose time. No identification. No Chalanchka movies. Oh, yes. My ID. Give me a minute. Yeah. This Kettenbear. This cheesy floppy bear wouldn't do much there. But how do I have to do this? This cheesy floppy bear. Hello? Did you... Can you lend us your computer? No. I need to patent... But how do I have to do this? Give me a minute. Give me a minute. Give me a minute. Give me a minute. Sogar keinen Hinweis. While throwing... I told you. Hmm. Also ich sehe nicht, dass wir hier irgendwas machen können. Ne. Ach, das ist nochmal ein Aufsteller. Moment. Filmregal. Aufsteller. If you'd like to see a robot that has human emotions, I'd rather watch Tobot the Great. A 50s classic. You made me watch Tabor the Great, and it sucked. I have to agree with Nick here. You know nothing about good movies. I don't think the store clerk is going to allow me to take this. And it's really impractical to carry around. And you don't even like this movie. Need Input. Hmm. Genau das. Lippenstift. Makeup there will not solve our problems. Hmm. Naja, also da habe ich wirklich gar keine Ahnung, was wir denn hier machen sollten. Morberto. Der hat ein riesiges Kinn. Vielleicht können wir da Lippenstift benutzen. Makeup there will not... Nein. Äh. Vielleicht können wir dem das ja als Ausweis zeigen. Das ist du? Oh. Ja. Sieht anders. Ich habe meine Mustache. Mustache? Ah. Carcania. Mustache. Okay, dann. Du bist eine adulte. Du kannst ein Lippenstift verkaufen. Dann wollen wir den Sexfest Club. Okay. Gib mir einen Moment. Okay. Dann. Das ist großartig. Keine Ahnung, dass wir ihn nicht verbrauchen können. Können Sie zumindest ein paar sinnvolle Informationen von ihm bekommen? Na ja, es hat ein Dictionary und ein Filmdatabase installiert. Ich könnte es mit einem Floppy Disk extraken. Die haben wir ja. Diese cheesy Floppy Bear wouldn't do much there. Ja, aber, aber... Hä? It's a bear holding a Floppy Disk that reads I have 360 kilobytes of love for you. That's like totally cheesy. Äh, aber können wir nicht einfach die Diskette abnehmen? Ah, okay. Wir können, ähm... Der ist jetzt wahrscheinlich... Okay. Wir können wahrscheinlich zu der Silverman, oder wie die heißt, gehen. Und, ähm... Den von der Diskette trennen. Aber die muss ja dann irgendwie dran getackert sein. Naja, wie dem auch sei, da gehen wir jetzt mal hin. So. Dann hoch. Da hätten sie aber ruhig noch, ähm, in der Beschreibung mir zu sagen können, dass die Diskette irgendwie befestigt ist, oder so. It's just a plush bear. It's an empty diskette that says I have 360 kilobytes of love for you. Können wir ihr das vielleicht geben? I could leave the bear there. But maybe I could give it a better use. Okay. Ja, jedenfalls. Wir haben jetzt die Diskette. Dann gehen wir wieder rüber. Drü-dum, drü-dum, drü-dum. So, da ist er wieder. Ah, dann müssen wir nochmal Und jetzt Okay So, dann gehen wir erstmal wieder zurück zum Truck Erstmal wieder hier durchmanövrieren Dann kann ich hier rechts raus Ja, kann ich Okay, dann gehen wir zum Truck Und dann gucken wir mal Was wir denn hier von unserem Kram Nutzen können Ähm Naja, mal davon abgesehen Dass das wahrscheinlich andere Daten sind Die jetzt nicht auf dem C64 Funktionieren sollten Außerdem haben wir überhaupt kein Diskettenlaufwerk Aber das ist wahrscheinlich Nebensache Ja, okay, dafür haben wir ja das Zeug hier Naja, okay Generator So Äh, jetzt habe ich eine Schublade gemacht Mit Computer Das passt nicht Wir sollten erst einen Floppy Drive installieren Ah, okay Haben sie tatsächlich dran gedacht Das ist ja schön Okay Okay Ähm Aber wo bekommen wir ein Diskettenlaufwerk her Hm Willst du vielleicht ein Teddy Ich könnte den Bear da lassen Nein Okay, also wir sind zumindest Ja, die Diskette quasi los Ne, die Diskette sind wir auch nicht los Ja, das ist den Sprit sind wir los Aber ansonsten Pointing the Flashlight there Would only consume our battery for nothing I could leave the bear there Naja, das hatte ich ja schon ausprobiert While throwing a dead fish there might be fun It's not going to be I told Wofür den Lippenstift I don't I don't I don't Mhmm 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 Ja, also irgendwas mussten wir da runter werfen Hey, the bottom of the well is for a coin Red, let's go for those coins Never mind The fall is huge Maybe there's another way to get to the bottom Well In fact I heard that the North Forest urban design is so badly planned that they ruin the water well by connecting it with the city drink so Naja, genau Naja, genau Aber Wenn ich da hingehe, dann werde ich mich nur verwirren Können Verirren Verwirren Verwirren Ähm Können wir denen den Lippenstift geben Make-up there will Ne Äh Dann gehen wir nochmal Zum Flussufer Zum Flussufer Plus Mhmm The drains of the city end in this river And that's why my grandma tells me not to swim here Huh It's just dirty water Now is not the best moment to get a disease Mhmm Mhmm Where the hell are we going? I have no idea This is a maze Who touched me? It wasn't me It wasn't me either It's so easy to get lost here Let's turn here Follow me, I have an idea Are you sure we're not going to Yeah Yeah Das bringt uns wieder nach Hause Yeah It's so easy Maybe if we were following a Naja Aber Ich hab halt keine Spur Also wir können das hier Oder kann ich das hier irgendwie benutzen Make-up there will not Naja Ja, was für einer Spur sollen wir denn folgen können Ich mein theoretisch Ich mein theoretisch Könnten wir Das natürlich an die Wände kritzeln Aber Aber da ist das Spiel nicht drauf ausgelegt Vielleicht können wir den Fisch Für den, auf den Hund verwenden Ja, das ist mit dem Laufen manchmal ein bisschen nervig Gehen wir mal hier hin Da haben wir noch gar nichts machen können, glaube ich Oh, erst mal den Bären Ne, den Fisch Huh Blaue Flüssigkeits Blaue Flüssigkeits Ich kann nicht glauben, dass ich Blaue Flüssigkeits Es hat überall Nein Kein Weg Okay Dann haben wir geheimer Aufzug Und Zwei Objekte, aber das scheint dasselbe zu sein Wir kamen von dort Ich wundere, wie sie eine große Basis ohne jemanden Kein Das ist aber schon mal Die letzte Mal Wir waren da Da war ein Train fulle Soldaten versuchen, uns zu töten Und sie haben fast gelesen Es wäre besser, wenn wir auf dem Grundlevel bleiben Hallo? Ist jemand da unten? Naja 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 Das ist eine gute Menge Radioaktivität Ist es lieflich? Nein Aber ich würde nicht ein Haus bei diesem Ort für die nächsten paar Dekade Gewalt Mbuck , das rot ist glowing Rad Radioaktiv Huh? Huh? Ist es safe to handle? According to the gegar Counter this thing is highly radioactive Even if it could contaminate a small water supply It is not like this thing is going to melt your hand wenn du sie es bemerkst. Just be sure we don't hold on to it for more than a few hours. I feel like I'm in an RPG. But instead of increasing my chances of dealing critical damage, I increase my chances of developing cancer. That's a lot of waste. And according to the Gagar Counter, this waste is radioactive. The kind of radioactivity that gives you superpowers or the kind of radioactivity that mutates you. The kind of radioactivity that increases your chances of developing cancer if you are exposed to it over long periods of time. At least there is no way to open it. It reads caution, radioactive. Okay, damit hätten wir aber auf jeden Fall einen Ansatzpunkt, weil jetzt sollten wir das Ding sicherlich in den Brunnen werfen können. Machen wir das mal gerade. Und dann mit dem, einfach nur noch dem Geigerzähler hinterherlaufen, oder? Ja. Okay. Na gut. Aber das werden wir dann... Das war das Falsche. Das werden wir dann beim nächsten Mal machen. Ähm... Gehen wir also der Sache nach. Dann müssen wir diese Chips benutzen, die bei dem, ähm... irgendwie damit gewinnen. Damit bekommen wir die Zange. Mit der Zange können wir dann das Ding aufschneiden. Dann kriegen wir das Lötzinn. Und damit können wir vielleicht irgendwie was reparieren. Aber uns fehlt auch noch ein Diskettenlaufwerk. Und das kann ich mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass wir das irgendwo gesehen hätten. Müssen wir mal gucken. Aber so erstmal der Plan fürs nächste Mal. Neue Folgen am Montags, Mittwochs und Freitags. Und damit danke ich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye.